Der TV 1868 feiert heute ein 150-jähriges Jubiläum. Das ist natürlich für uns eine größte Jubiläum. Wir sind der Traditionsverein in Burghausen und das ist für uns eine wahnsinnige Herausforderung, das ganze Jahr über zu moderieren, zu machen. Du brauchst einen Haufen Freiwillige dazu und eins der Highlights ist die Sternstundenaktion, die wir heuer haben. Das ist natürlich auch so, dass jeder in Deutschland die Sternstunden kennt und wir sind wahnsinnig stolz, dass die alten Fußballeranten bei uns sind. Auch unsere Mannschaft ist gut ausgestattet mit Spielern, Staatssekretär Mayer, Bürgermeister Hans Steindl, die sind heute alle da. Die Zuschauer sind da, mit dem Wetter haben wir ein Glück. Also was kann es in einem Jubiläumsjahr schöner geben, dass wir die Leitzumme da haben. Das war unser Ziel. Das Motto lautet auch von uns, für uns und das ist voll aufgegangen und ich bin überglücklich, dass das heute lauft mit den Sternstunden. Das ist ja eine Benefizveranstaltung. Das heißt, es soll möglichst ein Geld zusammenkommen für die Hilfsaktionen, die von Sternstunden unterstützt werden und da kommt schon 5 oder 10.000 Euro raus bei so einem Spiel. Und dabei setzen sich die Leute ein. Ich bin als Mitglied, das damals den Fußball ins Leben gerufen hat beim Tepa 1868. Sie sind beide noch aktiv, immer noch im Vereinsleben eben Schiedsrichter, Trainer, immer noch eben Kassier, habe ich gerade gehört. Solche Leute braucht ein Verein, dass er weiter bestehen kann. Herr Heinz Thieme wurde in Anerkennung seiner langjährigen Verdienste als Vereinsfunktionär die Verbands-Ehrenmedaille in Gold verliehen. Auch für Sie herzlichen Glückwunsch. Für uns Fußballer sind wir natürlich sehr stolz drauf, dass die Veranstaltung heute stattfindet. Es war eine super Sache, dass der FC Sternstunden zu uns gekommen ist und sich bereit erklärt hat, unsere 150-Jahr-Feier zu gestalten. Wir haben heute einen großen Tag, nicht nur dieses Spielnachmittag. Wir haben zwei Jugendspiele gehabt. Wir haben am Abend die Bayern 1-Disco bei uns in der Halle und werden da natürlich heute mal so richtig feiern. Wir machen natürlich auch für die Sternstunden Werbung. Wir sammeln für Kinder in Not. wir sind fertig. Bis zum nächsten Mal.